Moin Leute, was geht? Und zwar hier ist nochmal mein Icon-Mittelfeldspieler-Pack von gestern. Ich habe es bei RealFIFA, also bei Max, aufgemacht. Richtig korrekter Ehremann. Joa, ähm, was wir da gezwungen haben, ist einfach nur von einem anderen Planeten. WTF? Lull. Und joa, clip ab. So, ich mache kurz einen Cut und dann zeige ich euch nochmal den Typen im Team. Joa, also, das ist das Team. Hier ist Pelé. Nicht wundern, Aguero ist vom DreamSquad. Den werde ich mir noch machen. Mir fehlt den noch nicht mehr viel. Mir fehlt noch 100k. Ich muss noch Courtois kaufen. Und, ähm, Oblak. Dann bin ich mit Aguero auch fertig. Und joa, Ederson heute in Rot gezogen. Genauso wie Mason Mount. Habt ihr eh alle im Stream gesehen. Für die, die dabei waren. Joa, gestern auch nochmal viel Packlack gehabt. Mit Cancelo im garantierten Pack. Fofana aus 80+. Vadi aus dem 25k-Permalik-Pack. Genauso wie Bruno Fernand. Dann, äh, noch diesen Telemans abgeschlossen. Und joa, wie gesagt, der Mainman, Pelé, ist im Team. Ähm, hier haben wir den Quatsch. Hier, zack, zack. Zehn Spiele, 17 Tore, drei Vorlagen. Der Typ ist einfach eine Maschine. Und kann ich nur jedem weiterempfehlen. Für die, die sich den holen können. Und joa. Dann bis zum nächsten Video. Haut's rein. Ciao, ciao.